Willkommen zurück zu Gartoroboto, ihr seht wahrscheinlich schon, ich bin wieder an dieser Stelle, ich versuche immer noch hochzukommen Und ich habe jetzt schon ein bisschen gelernt, wie es funktioniert, es gibt keine Guides, es gibt keine Tutorials online, keine richtigen, hilfreichen So, und was ich euch sagen kann, wie es funktioniert, ich werde es mal so formulieren A ist springen, das ist A, und das hier ist B, Raketen schießen Was wir machen werden, ist, A, zweimal drücken und gedrückt halten, aber beim zweiten Mal A drücken, bin ich in dem Spinjump Und ja, ich habe vergessen, ich habe diesen Dash immer noch, den habe ich ganz vergessen, der hat mir bestimmt geholfen Ja, auf jeden Fall, wir kommen gleich noch zur Story, aber ich möchte das hier kurz noch ein bisschen erklären, wie das Rocketjump funktioniert Also wir machen zweimal den hier, und dann, wenn wir an der Wand sind, machen wir den hier Und ich halte währenddessen A immer noch die ganze Zeit gedrückt Und so weit komme ich dann Aber weiter nicht Und da ist das Problem Weiter als das komme ich nicht, ich brauche vier Raketen, sonst geht das nicht Zack, und dann noch eine Rakete Es geht sonst nicht, ich wüsste sonst nicht, wie man noch hochkommt Und ich habe auch schon ausprobiert, so einfach irgendwie durchzuhuschen Dass man irgendwie hier, da gibt es einen ganz kleinen Spot, wo Kiki stehen kann Hier kann man ganz leicht stehen Aber, wenn man dann versucht, hier rüber zu springen Oh, nö, es geht Oh, auf einmal geht's Okay, das hat das letzte Mal nicht geklappt Dann braucht man das alles, kann Okay, jetzt habe ich es einfach so geschafft Okay, das ist ein bisschen enttäuschend Na, egal Ich habe mich trotzdem ein bisschen erklärt, wie Rocketjump funktioniert Ich habe es ein bisschen gelernt Von mir aus selber Und ja, bin ich stolz drauf Miau Devolver Digital hält uns als Geisel Hilfe Was? Was? Ist das hier irgendein Joke, den ich nicht verstehe? Wollen die mir sagen, dass die Arbeiter von Devolver Digital hier gefangen genommen werden? Oha Das ist schon, das ist schon hart So Ich hoffe, das ist nur ein Joke Weil wenn das ein echter Hilferuf ist, dann tut es mir leid Ja, ist ja jetzt eigentlich auch egal, dass ich mich da treffen lassen habe Ich bin jetzt durchgekommen Jetzt wird es noch nicht angezeigt Aber ich habe es gefunden Und äh Ich weiß gar nicht, warum das noch nicht angezeigt wird Wahrscheinlich, weil ich da gestorben bin Wie auch immer Wir werden null weitermachen mit dem Spiel Und zwar, indem wir hier runtergehen Auf zum Labor Willkommen Besucher Dies ist der Inkubationsbereich Du darfst die vor dir liegenden Biome ansehen Bitte störe aber nicht die Bewohner Die hydroglopulären Röhren dürfen besichtigt werden Aber bitte tippe nicht das Glas an Die Einrichtung ist nicht für daraus resultierende Schäden an Besuchern haftbar Viel Spaß bei deinem Aufenthalt Alles klar Wir sind jetzt beim Inkubator Also noch nicht ganz im Labor Okay, damit kommen wir wieder zurück Alles klärchen Weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt noch andauern wird Aber da gibt's doch was links, oder? Eintrag Nummer 2309 Der Sicherheitsabteilung Hier ist Jimbo Ich möchte einen Protokollverstoß melden Diese Heususe von einem Doktor benimmt sich wie eine kleine Ratte Also habe ich es auf mich genommen insgeheim zu ermitteln Bei mehreren Gelegenheiten fand ich ihn in einem wirren Zustand vor Versunken in Experimente Die scheinbar nichts mit seinem Posten zu tun hatten Das Budget des Roboterverteidigungsprogramms ist weit überzogen Und das Programm liegt weit hinter dem Zeitplan zurück Ich habe einen Hinweis von einer bestimmten Laborassistentin erhalten Es scheint, als hätte er Mittel aus seiner Forschung abgezweigt Um sie für lebenserhaltende Maßnahmen und Medizin für diesen Wachhund zu nutzen Das Tier, was eigentlich für Bioversuche vorgesehen war Ich bin auf dem Weg ins Labor Um den Hund von der Lebenserhaltung zu trennen Und den Doktor in Gewahrsam zu nehmen Boah, wie gemein Ich finde es schon ziemlich gemein, was die da machen Der arme Hund Der Doktor wollte nur dem Hund helfen Ich habe das Gefühl, dass dort links irgendwas ist Da passiert nichts Aber wir haben es schon fertig Wow Oh, 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 oh Hier kann man hoch Yay, ein Kattemodul Du hast die Palette Tamagato freigeschaltet Merkst du in dem Menü Ob sie ausprobieren Oh, oder sind es das einfach Farben-reverse Ende und aus Wow Cool Ich glaube nicht, dass wir die noch sehen werden Ihr seht, haben gerade Miao-Tricks drin Als nächstes werden wir dann später noch Schmierer benutzen Und dann hätten wir noch Traube Und äh, ja, Tamagato ist halt Ich glaube, reverse Farben oder wie sowas Not sure Ich weiß noch gar nicht, wo ich langen muss Um ehrlich zu sein Das ist jetzt gerade für mich so ein bisschen Verwirrend Ich geh mal hier langer Ich weiß übrigens schon Weil ich mich ein bisschen erkundet habe Wegen der 100% das ist hier irgendwo einen fahrstuhl gibt wenn man an den schon dran geht dann kommt man nicht mehr zurück nur noch mit bugs ganz genauer man kommt dann im normalfall eigentlich dann nicht mehr zurück also muss man aufpassen sind ganz viel von diesem mann was ist hier los ihre heimat ist die eingesperrt können wir ihn retten was das retten irgendwie zerstören ich glaube das geko oder wenn man das upgrade hier und das eigentlich ziemlich neues upgrade moment wir haben jetzt eine kassette bekommen heißt dass wir haben jetzt alle kassetten des spiels weil wenn ja können wir uns das letzte upgrade holen weil ich meine wenn wir jetzt mal zusammenzählen wie viele wir jetzt haben 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 14 15 16 wir haben jetzt 16 ja gut okay man könnte dann aber wiederum sagen dass standard und sanft beide standen ja von anfang an verfügbar sind dann haben wir 14 das wiederum bedeutet ich gehe jetzt noch mal zurück weil ich glaube dass wir jetzt alle kassetten haben allgemein müssten wir jetzt 100 prozent haben wir noch den weg zum boss finden zum endboss um genau zu sein der ist nämlich im labor aber wir sind hier noch in diesem vorraum könnte man sagen so ich gehe jetzt wie gesagt noch mal ganz kurz zurück weil ich meine wir können jetzt das letzte upgrade bekommen wenn ich schlecht alles hier raus also gut sehen wir mal deinen fortschritt an das alle kassetten brav ist kätzchen ja das heute räuchten letztes upgrade die hat ein hops modul erhalten durch die verwendung des phasenschubs lädst du jetzt einen drehsprung auf deinen drehsprung verursacht zudem etwas mehr schaden miau rappers bff du bist jetzt vollständig ausgerüstet mach sie alle das heißt moment das heißt was komm ich damit höher ich muss kurz austesten komme ich damit höher vielleicht ja vielleicht komme ich damit höher okay aber wie ihr nun gehört habt haben wir alles hier alles schön alles schön 100 prozent alles 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 wir haben das spiel so gesehen schon fast durch ah das fühlt sich gut an es gibt übrigens ein paar challenges in dem spiel so zwei drei stück können wir auch machen ist natürlich schwer sonst wäre es keine challenges äh wenn ihr bock drauf hättet dann lasst mich auf jeden fall wissen ansonsten vielleicht machen wir hier noch weiß ich jetzt nicht vielleicht krass ist jetzt schon die folge zur hilfe durch ich hab doch gar nicht wirklich was erkundet hier ich meine ja ich jetzt habe ich 100 prozent des spiels schön aber mir nicht aber was machen ist das letzte was wir haben die hopsen moment ok nein ich weiß es nicht habe ich so unnötig treffen lassen keine ahnung was das macht aber dich hier hinten dann sehe ich bosskampf nein moment moment erklärt wie das geht ich hab grad vergessen nein hier fällt man irgendwann runter das ist also ein rückweg alles klar denn dann werden wir alle schön kaputt im incubator denn 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 überall fliegen raus nicht schön kann ich die richter auf den hier machen ja warm warm tot bye bye ouch mhm ok wir müssen nach nem fahrschulausschau halten bei dem können wir dann nicht mehr zurück hier ist ein safe den nehme ich doch gerne an ok das ist aber ein bisschen verwirrend wie kommen wir denn jetzt ach moment auch ich bin doch blöd mir fällt gerade auf die kann doch aus meiner maschine raus aus meinem mac das heißt ich kann doch hochklettern statt hochjumpen mit den rockets ich habe den ganzen weg hier zurück bäm 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 aber was ich meine ist was denn so hier wir können hier lang und zwar einfach alleine klettern ja da habe ich nicht gewusst wütend das ist so der Risch müsste ich den ganzen Wigги da en湿 lang kommen was abge�е ich lass mich einfach durch einfaches welt einfach nur durch Moment, was? Ich kann nicht keiner hoch. Achso, nee. War irgendwie seltsam ausfabend. Alles ignorieren. Einfach ignorieren. Mir egal. Lass mich in Ruhe. Ihr seid mir so egal. Von hier aus. Ich mach den hier. Und dann mach ich den hier. Ja. Und was jetzt? Oh. Oh, 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 oh. Ich hab ne Fähigkeit. Ne neue, so gesehen. Ist das gewollt, dass ich das kann? Moment. Sehen ihr das, Leute? Warum kann ich das? Verdammt. Okay, das ist glaube ich nicht gewollt, dass ich das kann, oder? Oder? Obwohl ich glaube, es ist ne Fähigkeit, ne normale. Wow, das ist ja OP. Hey. Das hab ich gar nicht gecheckt. Und ein letztes Energy Kit gibt es wohl doch noch. Damit sind wir nun bei 15 Leben. Äh, okay, das, das ist, das. Können wir das jetzt nur mit diesem neuen Jump? Und dann konnte man das Feuer auch. Wenn wir das Feuer konnte, dann bin ich ja ein fucking Idiot. Soll ich das so sagen muss, aber ist halt so. Wow. Und ich erkläre dann so ganz viel. Ja, ganz kompliziert. Das ist mir schwer, ganz viel zu lernen. Mit Rocket Jumping. Nein. Ich denke das nur die ganze Zeit, weil es ein, äh, Schiff mitgibt, wenn man eine bestimmte Passage entspielt mit dem Rocket Jump schafft. Welche ich übrigens auch noch in der Bonus-Episode machen möchte. Ich kann einfach doch fliegen. I believe I can fly. Die Katze kann fliegen. Das schockiert mich gerade, dass das funktioniert. Das hat mich niemals mit dem Spiel eingebaut als Entwickler. Aber gut. Das Spiel habe ich nicht entwickelt, also. Das sieht ein bisschen weird aus. Aber okay. Okay. Okay, das schockiert mich gerade wirklich. Ich kann alles skippen, wenn ich will. Bye, bye. Ja gut, das kann ich jetzt nicht skippen. Nämlich ist ein Bosskampf. Das Ding da oben. Schon wieder. Wir hatten das ja schon mal, falls ihr euch verhindert. Und jetzt müssen wir nochmal gegen das Ding kämpfen, wie es scheint. Ich habe die Steuerung der Zeit immer noch nicht gelernt. War aber irgendwie schon klar, dass ihr zurückkommt. Irgendwann. Aber er ist schon fast tot. Oh, jetzt kommen die Raketen. Ja, das heißt, es ist fast tot. Was soll es sonst heißen? Autsch. Bam. 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 Bam, 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 bam. Autsch. Yes. Noch irgendeiner? Oh, noch einer von denen. Okay, jetzt übertreibt es aber hier. Hallo? Komm mal her hier Oh, jetzt hab ich ihn Jetzt hab ich ihn Yeah Und ich geh auch noch hier Quatsch nur ab Bäm, 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 bäm 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 Ich dash einfach durch Zack Noch ein safe Nehme ich mit Ah, jetzt sind wir hier Aha Guck, da kommt man sogar nur durch, wenn man durch das Mensch Ich muss immer an meinen Dash denken Der hielt, der hätte mir überall geholfen Bäm, bäm, bäm Dich, 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 bäm, bäm Der Schwinde Bye, bye Autsch Guck mal an den Rand So, ja, aber Ah, okay, jetzt der down Okay, warum sind hier Oh, Brute Ach, deshalb Aha Scheiße Ich glaube, ich hab am Anfang vielleicht irgendwas verpasst Oder? Vielleicht ist es auch in dem Rückweg Ich bin mir da nicht sicher So, Kiki muss hier ihren Mac passen Und dann können wir hier Tsch, 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 alles abschießen Links haben wir so ein Radar, was ich ziemlich gut finde Ist mir aufgefallen Aufpassen hier, schön aufpassen Erstmal alles beseitigen hier Mit dem Mac, wie wir wissen, können wir nicht unter Wasser schwimmen Ja und jetzt Raus hier Ja, lassen wir mal unseren Mac nicht alleine Holen ihn mal her hier Hm? Wo ist unser Äh Moment mal Oh Hier sind zwei Ich dachte mir schon, irgendwas läuft hier nicht richtig Ah, ich kann einfach reinrennen Zack Von da Boin, boin, boin Nein, da möchte ich nicht rein Ja, boin, hopp Hopp, hopp, hopp So, zack Da haben wir unseren Mac Yay Okay Wir sind mal da Und dann schwimmen wir mal runter Oh, keine gute Idee, glaube ich Oh, das war glaube ich keine gute Idee Doch, muss man Okay Wollen wir den Mac hier runter Jetzt, was drauf ist, ist er denn nicht Doch, natürlich ist er da Super Okay Okay Rechts können wir nicht lagen, dann gehen wir nach links Okay, das ist halt echt groß Nicht, ist es schlecht, wäre aber Schon, schon anstrengend hier Schon eine Herausforderung würde ich zugeben Okay Aber guck mal, das ist hier wirklich ein Drückweg Ja, aber hier nach rechts Kommen wir da nicht nach rechts Geht nicht Oder? Ist zu Zugemauert Wahrscheinlich geht's da dann zum Ende des Spiels Was wir dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge machen werden Autschi Der steht einfach durch und durch Und dann machen wir Bam, bam, bam Er kann nichts tun Haha Komm her, mein Freund Froggy Bam, 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 bam Tot, hi, hi, ha Autsch Das hat weh Aber egal He, he, he Du wechselst mir die Simi nicht So, hier kommt ein bisschen Luft durch Plong Noch ein Schalter Was auch immer der macht Bam, bam Bam, bam, bam Ich zurückgeworfen wurde Oh Dich hab ich nicht gesehen Komm mal, bitte ab, du Danke Gut Weiterer Schalter Jetzt können wir hier durch Aha Jetzt sind wir wieder zurück am Anfang Jetzt sind wir wieder zurück am Anfang Höchst interessant Höchst exquisite Bam Bäm Komm her mal frei Bäm, 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 bäm Gut, dann hätte ich hinten alles nicht gehabt, ne Also, warte Du, 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 du Na, wie auch immer Wir werden ja auf jeden Fall in der nächsten Folge Wahrscheinlich schon das Finale des Spiels erleben Falls ihr mitmachen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da Like da, Glocke da Alles da, yay Bye, bye